Herzlich willkommen bei der FC Bayern Anime-Challenge. Wir beide werden uns jetzt hier duellieren und möge der Bessere gewinnen. Du hast ja nichts anderes geschaut, oder was? Der sieht ganz anders aus. Tausend Stück. Du hast halt vorher gesagt, dass die alle frühen. Ja, Bruder, wie siehst du das doch richtig? Was sind denn, Bruder? Komm noch, komm noch. Die Fragen gibt's noch. Ich sage, das ist Naruto. Junge, woher soll ich das wissen, Mann? Hast du Kälte zu Wasser geguckt, Alter? Ich habe noch nie geschaut, Mann. Ich hoffe nur, dass ein paar Pokémons kommen. Das ist Yu-Gi-Oh. Das ist... One Piece. Weißt du, was es war? Ja. Das ist Naruto. Okay, das ist Pokémon. Das haben wir hier. Detektiv-Konel. Ich sage, das ist Yu-Gi-Oh. Ich sage, das ist Yu-Gi-Oh. Ich sage, das ist Yu-Gi-Oh. Zubasa. Das muss Detektiv-Konel sein. Das ist Yu-Gi-Oh. Wieder Naruto. Ja. Das ist One Piece. Ah, Junge. Das kann nicht sein. Ah. One Piece. Ja, okay, das ist Detektiv-Konel. Dragon Ball Z. Das müsste... Yu-Gi-Oh sein. Der hält doch Karten in der Hand, Mann. Der hält doch so Karten in der Hand. Der ist bereit jetzt gleich in das Hinsen zu machen. Yu-Gi-Oh. Du kriegst ja auch die einfachen Sachen. Die sind alle einfach. Sag nichts. Ja, okay, gut. Das muss Pokémon sein. Zubasa. Du hast ja nichts anderes geschaut außer das. Oh. Ich sag, das ist... One Piece. Ey, kann ich einmal was richtig raten? Einmal was richtig raten? Ey, du hast gar nicht geguckt. Gar nicht. Nein, 0. Ich sage ja, 0,0 geschaut. Aber dass ich nicht einmal was richtig raten kann, ist Wahnsinn. Das muss man sagen. One Piece. Ja, okay, das ist Yu-Gi-Oh. One Piece. Oh. Sag einfach, One Piece. Ist falsch. Ist Käpt'n Tsubasa. So was ist es. Ich. Was? Der hat einen Kitzeladen, oder? Ich spiel alle Fußball, Mann. Das ist Zubasa. Hattest du halt vorher gesagt, dass die alle Fußball spielen? Ja, Brunum, siehst du das doch richtig. Das ist ein Torwart, Brunum, der hat einen Ball, Mann. Was sind das für Handschuhe? Boah. Wieder dasselbe. Na gut. Was hab ich ihm vorhin gesagt? Ja. Keine Ahnung. Vorhin hab ich Yu-Gi-Oh gesagt. Naruto. Dragon Ball. Ich sag, das ist Dragon Ball. Das ist Pokémon. Ja. Ich sag mal. Das sieht ganz anders aus. Mhm. Müller. Das ist echt nicht leicht. Ja, das ist echt schwer. Mann. Ja, keine Ahnung. Schweinsteiger. Das wär jetzt mein nächster gewesen, ja. Wegen dem Trick. Ja. Sehr schön. Das ist das neue Trick, oder? Na ja. Ich sag Opa. Das ist der Besseste. Ich sag... King. Er sieht viel zu breit aus, als das aus Fonsis. Und Fonsi hat auch nicht so einen Strich in den Namen, oder? Ja, das ist von diesem Anime, das ist so. Ja, okay. Ribéry. Da bin ich raus. Ich sage, ich habe zwei, aber ich sage Beckenbauer. War es so schlecht? Beckenbauer? Oder ging? Keine Ahnung. Okay. Pach. Das bin ich. Fällt dir ein Zeichen? Ja. Da können auch wieder so viele sein in dem Trikot. Sag mal Philipp Lahm. Sie springt doch niemals in den Ball rein, Mann. Ich hätte jetzt gesagt, vom Beuten, vom Bommel. Ich dachte auch am Anfang, aber ... Ja, mein Gott, da können wir doch auch wieder noch schätzen. Das ist Manu oder jemand anderes? Das ist Manu, das ist viel zu einfach. Ja. Ja. Das ist richtig. Der Kack, ich hab ... Matta. Ach, das neue Trikot. Das hätte ich auch nie geraten. Robin. Robin. Wo dann hast du das erkannt? Aber es könnte auch an den Leggings liegen. Das muss Schupo sein. Das muss Schupo sein. Ich sag, das ist Leon. Ich geb auch jetzt Gas. Das muss ... Das muss doch Beckenbauer sein. Ja. Ich rate einfach, jo. Ja, hätte ich auch gesagt. ... Mal sehen. Ja. Ja, ja. Ja. So, wenn ihr seid. Ich hab sogar noch letztens geschaut. Schon auch nicht, Janell. Okay, schon ready. Ich weiß nicht genau, aber... Es sind 1067 und die war jetzt näher dran. Aber du warst nicht weit weg. Reicht nicht, reicht nicht. Wie viele Pokémon gibt es aktuell inzwischen? Boah, das ist echt schwer. Ich mach gar nicht so viele. Es sind 1010. Boah, ja. Tausend Stück. Wie viele Orden muss man in der Regel gewinnen, um eine Pokémon-Liga teilzunehmen? Wie viele Orden? Das Problem bei mir ist, ich hab ja gar keinen Rahmen, weißt du? Wie viele Orden? Was sind denn Orden? Das sind weniger als 10, glaub ich. Die Antworten sind 8. Ey, das ist... Ey, ich hab nicht geschaut. Ich mein's ernst. Gib mir den Punkt. Ich brauch den Punkt. Ich wusste, dass es auf jeden Fall niemals mehr als 10 sind. Da waren wir unsicher, ob es 10 oder... Ich hätte sogar fast 6 gesagt. Dann sag ich mir auch erst zu wenig. Naja, spielt eh keine Rolle. Er hat mich trotzdem bei den Punkt bekommen. Wann wurde der erste Dragon Ball Manga veröffentlicht? Boah, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Boah. Jetzt sag ich den wieder komplett daneben. Alter. Und du sagst, du hast es geschaut? Ja, keine Ahnung, wann die das... Wann das erst rauskommt? Ich komm noch, ich komm noch. Wie viele Detektiv-Kolle-Mangas gibt es? Gar keine Ahnung. Stopp. 7 oder 3. Wow. Wie viele Dragon Balls muss man sammeln, um ihr dafür schnell noch zu beschleunigen? Boah, das ist doch schon wieder so peinlich bei mir. Ja gut, bei mir kann es nicht peinlich sein. Deswegen ist es okay. Boah. Ja. Ja. Zeig. 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 Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber auf keinen Fall das, was du gemacht hast. Was hast du? Ich hab... Und ich hab extra gewartet, um zu hören... Wie viel du schreibst. Und zu hören, wie viel du schreibst. Ich hab mich beim letzten Mal ausgestockt. Du bist so... Ich hab mich beim letzten Mal ausgestockt. Wie viel sind das eigentlich? Sieben, ja? Wow, Glück gehabt. Hey. Damit hast du mich echt auseinandergenommen, ey. Das ist richtig, ja? Ich wusste nur, dass du darauf achtest, wie viel du schreibst. Ich hab nur darauf gewartet. Weil da... 350? Was hast du geschrieben? Ich weiß nicht. 150. 150. 300. 40. Wie viel Rokaage gibt es in Naruto? Damit ist die Uhr näher dran. So ein Cheater Mann! Ich wusste das. Das war die FC Bayern Anime Challenge und ich hoffe, ihr hattet Spass, genau so viel wie ich. Ich hoffe, ihr hattet Spass, genau so viel, ihr hattet Spass, genau so viel, ihr hattet Spass.